Hektar, Pauli, Mo Hi! Sehe es! Willkommen zurück zur Open Game Night! Ich bin der Mo Ich bin der Paul Ich bin Hektar Und wir spielen Little Big Planet 3 Wo müssen wir genau? Nach links Wir suchen die letzte Murmel Ey, könntest du aufhören, mich loszulassen? Okay Ich halte die Filme fest Halt die Fresse Halt die Filme fest Lass mich nie mehr los, Jack Jetzt kommt die letzte Murmel und dann kriegen wir dieses Tier Und dann Klack, klack, klack Was? Schabernack Klack, klack, klack Schabernack Mit der Line hättest du jetzt nicht gerechnet Biatsch Entschuldigung Ich hab die Beleidung am Schluss vergessen, es tut mir leid Irgendwie Hast du uns heute? Der Achtensjahr hat wieder zugeschlagen Die Galaxie verlässt sich auf dich Ganz ehrlich, ihr wärt's gern so wie ich Ihr traut es euch nur nicht zu sagen So, wo bin ich? Da bin ich Das nehmen wir und stopfen es da rein Do it! Do it now! Oh, wir schauen hier nur ein bisschen durch die Gegend, hätte ich gesagt Ja Schau das ist ein Rollschuhsticker Ja Nee, dieses Objekt ist kein Sticker Egal Hey Zieh mich Zieh mich, Jack Gehle. Halt! Ah. Genau. Genau, wenn man X drückt, dann ist man schneller. Ich weiß. Ja, Spaß. Computer sagt nein. Ja, also. Hab ich geregelt. Merk schon. Hat mir grad irgendjemand festgehalten von euch? Nein. Nein. Konnten die mir grad entspringen. Ja, dann musst du X drücken. Gehle mal weg, sonst brenn ich die Zahne. Geht das? Nein, das geht nicht schade. Müssen wir irgendwo anders. Gehen wir mal hoch? Huah! Ich glaub da hin. Genau. Aua. Jetzt hab ich mich gewischt. Die Fotze. Nice. Oh, man. Das muss man auch mal hinkriegen. Kriegt das da runter? Jetzt hat's wie zerprügelt. Fuck it. Ja, fuck it. Ich geh weiter. So, warte mal. Kommen wir da vielleicht irgendwie... Deswegen ist auch nix. Da brauchen wir so ne Scheiß. Ah, halt! Was denn? Halt! Komm zurück. Warte. Das bringt doch nix. Oh, ne? Ui! Ah, warte mal. Man kann bestimmt das Ding auch raussaugen, das Zeug. Geht's das? Ja, das sind so geile Typen. Fick dich! Aber sauber rein. Na, schwimm nach oben. Ist jetzt egal. Das kannst du bestimmt auch ansaugen. Egal. Versuch's erst gar nicht. Ansaugen? Jungs! 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 Na auf! Und nicht schießen lassen! Die Bombe wegpusten. Nein, kannste nicht. Da oben isch aber noch was. Mhm. Jetzt, jungs! Jungs! Ich mach das doch! Seidst du auch mal wieder da, oder? Ich hau dir auch mal so ins Gesicht. Ah, war fast richtig. Vielleicht von außen, mach mal. Ja. Ich mach das mal schnell. Ah, schöne Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv. Das ist so schön. Du hast doch keine Ahnung. Jetzt pack den Schwamm. Genau. Ich pack dir gleich am Schwamm. Ja, Mann. Oh, je. Oder warte mal noch auf. Muss ich zurückkommen? Muss ich zurückkommen? Ja. Ja. Gibt's da was zum Kokum? Ja, guck mal noch, ob's so was zu holen gibt. Kokum gibt. Ja, gibt's. Sehr gut. Wundervoll. Oh. 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 Alles gut. Alles gut. Wuuu. Yes, yes. Yes, yo. Kann man denn, da kann man noch nicht hoch. Das heißt... Ist das für ein Pilz da im Vordergrund? Warte, warte. Yes. Bam! Bitch. Gehen wir nochmal runter? Schauen wir mal, ob unten noch was ist. Ne. Da sollte man nicht rein. Aber irgendwie müssen wir doch... Ah, okay. Ich habe eine Idee. Kannst du mal nochmal runter? Bitte. Oben ist noch Zeug? Ja. Aber das scheint so, als müssten wir da lang. Ja, dann gehen wir... Dann nehmen wir das mit? Das nehmen wir mit. Okay. Okay. Aber wohin? Rallai? Yes. Nein, nein! Wieso machst du das? Nein, andere Richtung. Genau, dann geh. Ich geh weg. Ich glaube, ich besser so. So. Ah, ja doch. Oha! Ja, jetzt... Ach so, ja. Ne, geht nicht. Das hängt hier an dem... Ding fest. Da müssen wir ein anderes holen. Wer bin ich denn jetzt schon wieder? So, so. Nein. Das wird nicht funktionieren. Und raufblasen. Eben. Jetzt können wir da durch. Und da jetzt durchblasen. Gut. Wo bin ich? Ah, der da. Keine Ahnung. Warte. Ist doch gut funktioniert. Ich kann nicht hier oben jetzt. Jetzt warte ich erstmal. Läuft! Zündung! Boots! Das war so ein bisschen lahm. Aber... Hier wird es zurück. Hier gleich. Schauen wir erst mal, was es hier schönes gibt. Oh, du nimmst endlich. Können wir die wegboosten, die Teile? Ja, Mann. Weg mit euch. Bleibt es da? Nein. Aber magst du den noch und schauen unten? Ich kann nicht. Weil da hängt einer oben. Ich häng gern drum. Merk ich dir. Na jetzt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist nicht gut. Wenn man da in die Flammen springt. Ach so. Das ist nicht gut. Das rockt fett. Das ist mega geil, aber... Das ist zu viel Rock'n'Roll. Nach oben. Oh, oh, oh. Die kannst du kaputt machen. So. Yes. 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 Wie ist denn Hektar hin? Ich hab keinen Bock. Da brauchen wir zwei Stück, aber schauen wir erst mal nach links. Du könntest einfach mal mich holen. Das machen wir doch gerade. Schill deinen Achselschweiß, Kollege. Alter, mein Achselschweiß ist so brutal. Ja, ich weiß. Wieso? An deine Füße kommt keiner ran. Ja, was kann der Achselschweiß? Der zeigt, wie der Achselschweiß ist. Heftig. Mhm. Verstehe. Okay. Ich bleibe unten. Okay. Ahh. Jetzt. So dele. Wieder geht's. Ja, aber... Er wird wieder zurück. Achso. Das wäre nur so ein Bonus-Ding, wo du zwei Leute brauchst. Genau. Genau. Ah, da kannst du weiter. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da. Ah. Wieso das denn? Weil du weggesprungen wirst. Ich bin nicht weggesprungen. Ich bin ganz normal drauf gelandet. Bleib du mal da hängen, Heiko. Achso. Ups, sorry. Danke. Ja, tu mir leid. Gibt es da irgendeinen Checkpoint? Ja, geh nimm mal hoch. Nee, geh nimm mal zurück. Saugen. Saugen. Das müsst ja richtig auch allein gehen, oder? Da komm ich nimm mal zurück. Äh, ne. Zieh mal die Scheiße an. Und dann schwirn wir schnell runter. Genau, das hilft noch. Wundervoll. Und das sind wir auch schon wieder. Ich hasse euch so. Du liebst uns. Es gibt zwar echt viel, was du hasst momentan. Kann das sein? Ja. Da soll ich wieder mit rauchen anfangen. Ja. Oder crack nehmt. Ja. Und ne, oder net. Gut dann. Ja, warte. Ja, Heiko. Was denn? Ja, weil das immer so eilig hat. Was denn hin? Ja, gucken. Du warst doch der erste. Das kann ich im Nachhinein auch immer behaupten. Das ist doch nix. Ja. Fick. Ach, Togo. Komm schon, komm schon, komm schon. Also, weiter runter. Gut. Gut. So. Warte. So. Was? So, schaut's aus. Gut. Nein. Nein, komm schon. Ich seh nicht, ob ich hier runterkomm. Ah, da brauchst du den... Scheiß Hund wieder. Ah, ja. Den Autox. Zündung. So. Wundervoll. Komm jetzt nicht, Gegner. Jetzt hat mir... Murmel. Murmel. Hell yeah. Mermi. Was hast du denn da für ein Franzosenkapperl? Hörst du einfach einen Sacken? Auf und rennt. Habt ihr was gegen Franzosen? Nee. Nee, nix, was hilft. Ich wollte es gerade nicht sagen. Oh, das macht 50 Cent in die Wortspielkasse. Ach so. Ah. Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich keine Franzosenwitze raushau. Und sonst so. Das ist gut zu wissen. Ich hab ja gesagt, den würde ich aber wenigstens was raushauen. Was? Nix. Verstehen. Ich auch nicht. Ja. Haben die euch was getan, oder was? Ich hätte voll den geilen, rechtsradikalen Witz. Erzähl dich doch bitte. Das beruhigt mich. Okay. Nee, ich glaube, die meisten Nerven liegen blank. Ja, aber der verträgt ja auch nichts mehr. Immer noch mehr als ihr. Ich rede ja nicht vom Alkohol. Ach so. Ex oder Hose. Ex oder Havanna. Ohne. Exil. Ohne Speibel. Nee, das schaff ich leider nicht. So. Und dies weiter geht's in der nächsten Folge Open Game Night. Wer ist da schon wieder runtergefallen? Aber wie elegant. Ja, super elegant. Ich war der Mau. Ich war der Paul. Ich war der Hector. Und mach's gut. Ferti. Servus. Oh, das müssen wir uns fast noch anschauen. Ja, schauen wir uns fast noch an. Boah. Hm, Legameister. Hm. Hm. Oh, Snapp. Secret Door. Das sehen wir in der nächsten Folge, Brum. Macht's gut. Und Damen.